Willkommen zurück zu einer neuen Runde Leech. Wir spielen nächstes Mal Lulu. Gehen wir gleich auf den Kelch. Auf die sinnlosen Schuhe darauf und Mana. Mana, Mana, Ba-Bi-Bi-Bi-Bi. Gehen wir zu unserem Team. Auf geht's. Ich denke mal, ich werde nur so mehr wieger Support tendieren. Eventuell mal ein Lucky Kill landen. Das Problem ist natürlich, dass es das Varus. Also, wir haben als Gegner, könnte ich mal sagen, Rangatwinder, Fitz, Varus und Kel. Nice. Ich denke mal, ich werde auf Cool Reduction Boots gehen müssen. Immer nur, weil ich es halt kann. Der macht bloß Autotextrad. Okay. Okay, hat mich noch gar noch getroffen. Und Rangatwinder macht halt das, was eine böse Mieter Kanz hat. Und man macht, nee. Einfach im Busch sitzen. Ja, kam ein bisschen spät. Ich bin bei der Kuma, Max. Nenke ich. Nix da. Und tot. Nein, der stirbt nicht. Oh, shit. Das war eine Klose. Na gut. Äh. Wird wohl doch nicht so leicht. Ich denke mal, wenn die nicht ganz, ganz verdunen sind, dann werden die uns ziemlich wrecken, ey. Schade. Er autotaggt mich. Ich hab keine Mana. Nope. Und catcht er ihn mich. Hm. Ich weiß es nicht. Woher war Mana? Und ich kann mal die vier loswerden. Die vier los. Ja, hab ich getroffen. Los, hier füttern. Oh nice. Nein, der war noch nicht noch schneller. Ich hab mir das Schild nicht gegeben. Och, nö. Aber. 112. Südurch schon mal gar nichts. Schlicht aus. Aber gleich, ich... Ja, es ist ziemlich dumm. Aber ich geh immer gleich auf Kudomboot. Ich glaube, ich brauch noch mehr Mana. Ja, komm. Volle Packung. Auf wem mach ich mich schneller, ne? Ja, genau. Auf eber, das stimmt. Haha. Das hab ich schon wie... ...leicht verplant. Oh, wir haben... Wir haben ja mehrere von denen gleich umgehauen, ne? Schade. Ja, getroffen und verlangsamt. Farmen. Ja, nur noch Farmen. Aua. Oh. Stimmt, ich hab irgendwie... Na, was? Alter. Hätte ich sie jetzt eigentlich retten... ...können... ...sollen... ...müssen. Ah, dieser Ringer. So nervig. Und der dann übernehmen soll. Ich hab den Kleinen. Ah, dieser Buschcamper. Ich hab den Kleinen. Lass uns die... ...können. Ah. Ich hab den Kleinen. Ich hab den Kleinen. Ich hab den Kleinen. Ich hab den Kleinen. Oh, hier sieht's ganz schön bitter aus, aber wir sind wieder hin. Nice. Nein, ich hab die F nicht bekommen. Fuck. Ich wollte mich grad heilen. Shit. Ich nicht hinbekommen. Das war ziemlich dumm von mir. Jetzt an der Stelle zu sterben. Ich denke aber auch, dass das auf Sonja Skin halt, äh, ja, ziemlich dumm wäre. Guck, hier auf Kargasse, mir steht immer so, was ist los heute schon mal rum. Äh, weh. So. Ich hab ja noch Heal ab. Nice, der Schleck. Nice, like, ja, erstmal die. Nice. Nice, beide bekommen. So. Das war wieder ziemlich close. Nice. Lunchtime komplett vorbeigesetzt. Das war ziemlich gut. Jawohl. Weg mit dir. Wir sind wie zur Katze. Ah, das ist ja unsere Pfütze. Mobilbedenken gehabt. Oh, das ist doch schön verlangsam. Das ist halt ziemlich cooler Nudel, dass du halt verlangsamst halt wie Hölle, ne? Er soll da eigentlich sterben. Was? Ach, nein. Oh, oh. Der hat den Fisch auf mich gemacht, ne? Oh, das ist ja böse. Das war ziemlich gemein. Mann, das ist wichtig, gar nicht. Mann, das ist wichtig, gar als, als, als Ziel Potion, äh, als, als Kekse. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Das war ziemlich knapp. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Schau, das ist ja glaube ich. Schau, das ist ja nicht sichtbar gut, wenn ich hier jemandem trat habe. Lassen sich aber auch mal treffen von mir, ne? Nix drin. Why not? Nice! Ah, der Varus tut halt schon übelst weh, ne? So, so ein bisschen Blick schon. Oh, Gana ist ganz schön lieb, ey. Okay. Oh, I got this. Nice. I'm a Lulu. I'm helping. Ah, schade. 8 Sekunden wieder Ult. Hm. 2, 1. Nein, ich hab alles auf den Rauf gehauen. Schat. Schat. Das war nicht gut. Hm, hm. Das war richtig schlecht. Ah. Ah. Ah, Gott, ey. Hat der, der hat durch fast alle Kills, ne? Ne. Fiss. Ah, die sind alle schon übelst. Fett. Das nächste Spiel, was ich euch zeige, was ihr verlieren. Yay. So, komm, wir werden jetzt nicht vorwerfen. Ich will das Spiel zeigen, wo wir drin wollen. Nein, ich hab nichts getroffen. Oh, Menni. Meins. Nein, Gott, der hängt, ja, ja. Der ist halt drin. Den Finger schon immer auf R. Ich habe beim E sogar noch aufbekommen. Wenn ich jetzt F drücke, bringt es mir gar nichts, wenn ich die jetzt heile. Denn das verstärkt ja nicht die Heilung, die wir insgesamt bekommen. Erstmal, wenn der Kulon drunter ist. Nice. Was? Nice. Oh Gott. Ich renne mal, ne? Nein, der kriegt ihn sogar noch. Krasser Scheiße. Oh, wir kriegen den Tower. Oh, was? Raus und Kay sind schon wieder ab. Ich denke nicht, dass die schlecht sind. Die sind so schlecht. Ja, deswegen sterben wir auch die ganze Zeit an denen. Oh, da würde ich gerade nichts machen. Ich sterbe wieder. Kann man nicht mal sagen, Hashtag für's Team oder so, ne? Das ist einfach... Na, jetzt machen wir die Lulu gerade irgendwie. Ach, sie hat sich... Oh, sie hat sich auch abbeißen lassen. Okay. Das war ziemlich schlecht. Oh, sie haben Sie nicht aufgenommen. Ich hab jetzt jetzt noch mehr suppose. Ich hab's jetzt schon mal selber gemerkt, ich hab' ich jetzt mal waschen. Ich hab' dann den Bild. Ich hab' dann noch mal waschen. Das wär's. Ich hab' dann noch mal waschen. Ich hab' dann noch mal waschen. Ich hab' dann doch mal waschen. Ich hab' dann doch noch mal waschen. Hm. Ähm, was macht sie da? Oh, sehe ich, ich habe die Autorunfarkheit bekommen. Oh Gott, da flasht er noch für mich. Hm. Ja, das war's, was ich brauchte. Ziemlich schnelles Spiel, ey. Ich war im Arsch. Knapp 16 Minuten, ey. Ah, geil. Gut, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, mal wieder. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.